Wir haben hier einen Gast, der die ganze Aktion super cool findet und zwar ist es der Marco aus Zürich und der hat in Zürich den Club Frieders Büchse und der will jetzt auch noch mal kurz was dazu sagen. Wir haben einen großen Applaus! Hallo Berlin! Möglicherweise sind wir in Zürich nicht in dieser Position, die ihr leider habt, aber wir unterstützen euch im Kampf, weil Kultur kann nicht entstehen, wenn man das beschneidet mit Unabhängigkeit. Und gerechtfertigten Tarifen. Also kämpfen wir darum, wir feiern, das ist unsere Kultur, das ist unser Leben und wir lassen uns das nicht nehmen.